Januar 18. Ich denke, ich werde da stoppen und Siegler innerhalb von zehn Minuten. Also ich denke schon, dass er mich jetzt übersieht, dass er mich nicht ernst legt. Aber das ist einfach seine Art. Er macht das immer. Er ist halt so ein Mensch. Ja, das ist der Räun. Bei J.K.O, das Notorious, Adam McGregor. ARD Text im Auftrag von Funk